Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal mit dem X-Lugic. Hi. Hi. Und heute werden wir eine Runde Rollstrasse zusammenspielen. Mal gucken, wie das wird. Ich bin ja in allgemein nämlich so der Profi aus seinem Minecraft. Ich bin ehrlich so schlecht. Ich fasse hier ein Spiel aus dem Minecraft von Super Mario Bros. Okay, das interessiert niemanden mehr. Und ich würde sagen, fangen wir an. Geht auf sein Tischshop und kauf seinen Scheiß. Okay, ich wollte gerade fragen, wo gehen wir hin oder wo landen wir? Ah, jetzt klappt es auf jeden Fall im Fort, ne? Ja, genau. Ich gebe meinem Bestes, okay? Oh, die Musik ist cool. Vielleicht damit kommen wir so. Oh shit, I have this. Ja, geht mal an den Fertig. Also, ich bin ein Camper. Geht ehrlich, du will nur. What's up? I'm a Camper. What's up? What's up? I'm a Camper. No way. Also, der ist ja richtig lang auf, dass er sich kommt, oder? Kann verkaufen gehen. Ja, guck mal. Ich gebe jetzt hier mein Bestes. Ah, wenn die Schlacht. Attacke. Oh, meinst du noch zu wählen, ne? In die Zwerden. Wo bin ich in der Mitte? Du, du schlägst erst mal in der Mitte, holst du die ganzen Novelen. Ich verteidige uns hier die ganze Zelle mit. Ah ja. Ich habe ihn abgestaut, Junge. Ey, du Abgestauter. Jetzt guck doch ganz genau hin. Komm. Oh, schau, ich habe dann nicht. Haha, du. Geht mal alle nach Hause. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Ich kann er fänden. Ja, ich komme. Geh nachher. Security, ich komme. Ich bin da. Du, ich bin da. Also, wer Stress will, kommt vor mir. Ja, hallo? Die Beutel am Stress? Kann ich schon nicht dafür. Oh, ich habe gerade Bling-Bling gesagt. Okay, verlassen. Hi. Hallo? Moment. Okay, mein Spiel hat gerade einmal voll geflogen. Okay, ah. Hilfe. Wie, so, stopp. Was wolltest du sagen? Irgendwann leiden. Irgendwann leiden. Warum ich YouTube mache? Achso, ja, ich mache YouTube-Werneus zu. Oh. Schau, unterhalten. Klar, du hast meinen Freund getötet. Ah. Ah, ich bringe den Titel von Notho und Tossi. Dies war gemein zu mir. Geh mal weg. Ich muss mich erstmal hier feilen. Ich krieg natürlich den ganzen Damage ab. Ja, ja. Oh mein Gott, warum ich stöhne hier so? Ja, ich stöhne halt so. Ich verliess noch nicht das nur. Die Frau muss sterben, die Frau muss sterben, die Frau muss sterben. Sieben von diesen Dingern. Oh shit, ich sterbe gleich. Egal, ich komme zu dir und dann kannst du spielen. Komm her, du mit den sieben Dingern. Ich will dich töten. Ja, stimmt. Es hat jetzt gar nicht so gut geklappt, aber... Ja, ist doch egal. Ich kämpfe in der Mitte natürlich. Oh mein Gott, geh mal weg. Oh Mann! Komm! Vergiss das wieder nach hinten. Ja! Nein! Was auch! Geh, lauf, 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 lauf! Lauf um dein Leben. Lauf um dein kostbares Leben. Ich versuch den eingemangen zu töten. Warum kriegt der mich ständig? Das ist ja mal mega wie Apofuck hier. Du darfst nicht sterben, ne? Dich beschützt dich jetzt einfach. Komm her. Er wird wirklich die Gegner töten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Kann man hier laufen? Oh, oh nein! Oh nein! Du bist auch noch gestorben! Ha! Egal! Der eine kommt aus Kikong-Kik-Klack-Ble. Ah ja. Genau. Aus Kikong-Ble. Here we go again! Let's go! Here we go again. Bot! Da riss... Wir erst mal einfach direkt, dass die drauf geh. Ich hasse diesen Typen mit dieser Scheißflasche. Lass mich in Ruhe durch. Lass mich in Ruhe, meine Fresse! Das ist mir egal, aber du bist ja wenigstens auf unserer Seite. Du bist doch nicht der Typ mit der Flasche, du bist der Zauberer. Nee, nee, du bist der Typ mit der Flasche, nur mit dem anderen Skimm. Achso, was fehlt das? Oh nee, jetzt war da dieser Behind-Bär. Er hat doch noch Mates, mein Freund. Hallo? Lass mich mal in Ruhe. Und dann gibt's doch keinen Stress. Okay? Ich will laufen! Warum kann ich nicht laufen? Oh shit, oh shit, er darf nicht nicken, ich hab Sex mit diesen Dingern. Lass mal meinen Freund ihn holen! Der hat doch voll das größte Problem ever oder so. Oh mein Gott! Tup, 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 tup! Wieso sind die immer so gut? Die stauben immer voll. Ach, das ist schade. Hier, ich hab ihn geblütet! Ja, aber jetzt mit der anderen. Oh mein Gott, endlich! Oh mein Gott, endlich! Oh mein Gott, endlich! Oh mein Gott, ich bin ja noch gestorben. Was soll das denn? Lass mal hier meine Freundin holen. Ich weiß, ich bin grad nicht der Beste, aber... Oh mein Gott, endlich! Mach halt jetzt hier so ein Stück Sch... Oh mein Gott! Klass! Geschafft! Wuhu! Okay, gut! Ach! So, das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. DxLugic ist natürlich wie immer in der Infobox verlinkt. Wenn ihr... Nein, nicht wenn ihr Lust habt, sondern ihr müsst auf seinen Kanal vorbeischauen. Denn das ist pure Seide! Ich müsste euch mal reinziehen! Wie Koks! Nur durch die Augen! Und ich würde sagen, tschüss! Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet.